Ein Franzose und ein Steirer sitzen im Zug und sie reden darüber, wie es so mit ihren Frauen ist und geben sich Tipps, wie man es halt besser machen kann. Und der Franzose sagt zum Steirer, wenn ich am Abend zu Hause bin, ich hole die Flasche Champagner und ich öffne sie und ich lege meine Frau auf die Sofa und dann schütte ich den ganzen Champagner über meine Frau drüber und dann lege ich sie von unten nach oben komplett ab. Und der Steirer fragt, geht das mit most a? Eine gerechtliche Frage.